Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 12. Juni. Die Liebe ist freundlich. 1. Korinther 13, Vers 4. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich saß an meinem Schreibtisch, um diese Andacht zu Papier zu bringen. Ich las noch einmal das gewaltige Kapitel durch, in dem Paulus von der Liebe spricht. Die Liebe ist freundlich. Wie ein heller Sonnenstrahl kam mir dieses Wort vor und ich überlegte gerade, wie ich wohl den Lesern dieses Buches Mut machen könnte, es mit der Liebe zu versuchen. Da schellte es an der Wohnungstür. Das schrille Tönen riss mich aus meinen Gedanken. Ich war alleine zu Hause, also musste ich öffnen. Etwas verdrießlich, weil ich mitten aus meinen Gedanken gerissen war, ging ich an die Tür. Eine regennasse Frau klappte ihren Schirm zu und sagte, Ich wollte eigentlich zu den Leuten, die oben wohnen. Ja, dann gehen sie doch, erwiderte ich gereizt. Ich hindere sie doch nicht. Sie lächelte töricht. Da scheint aber niemand da zu sein. Es macht keiner auf. Ich zuckte die Achseln. Na dann will ich mal wieder gehen, meinte sie und machte ihren Schirm wieder auf und ging. Ärgerlich über die Störung begab ich mich an den Schreibtisch zurück. Wo war ich doch stehen geblieben? Und dann traf es mich wie ein Blitzschlag. Die Liebe ist freundlich. Da hatte ich es. Wie schön kann man über die Liebe schreiben, reden und theoretisieren. Aber die nasse Frau an der Tür und die bösen Nachbarsbuben und die Kollegen und, und. Das Wort ist nicht etwa eine hübsche Moral, sondern ein Gericht über unser Leben. Eine Anklage gegen unsere ungöttliche Art. Es macht uns zu Sündern, die Vergebung und den Heiligen Geist zur Erneuerung brauchen. Herr, vergib uns unsere Härte und verwandle uns durch deinen Geist. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.